moin moin ja das ist mein neues projekt ich habe gerade schon mal komplett durchgelabert und dann nur bemerkt dass ich auf foto gewesen bin naja passiert auf jeden fall soll das eine blume werden also da gehört noch ein stier hinzu und aufgebaut ist es so dass die led bänder in zur seite abstrahlen dann sollte das eigentlich einen schöneren übergang geben natürlich kommt viel licht hinten raus da versuche ich noch mal einen papiereinsatz oder so eine spiegelfolie einzukleben dass das meiste sich nach vorne rausgeht die diffusoren sind meiner meinung nach ok da braucht man nichts anderes man sieht noch leichte dunkle stellen auch abhängig davon von den leds wie ich die verlegt habe hier habe ich ja da hätte eigentlich noch eine led dazwischen gepasst und ich habe das immer so in vier reihen gemacht vier reihen mit so einem knick und dann gelötet und ja es hat wirklich übelst viel arbeit gemacht das was ich wirklich mehrere stunden mal mit dem löten dran hat sich wenigstens mal die lösstation gelohnt und wird gerade von der powerbank betrieben das reicht dafür aus ja und der stil den zeige ich gleich noch mal so das ist jetzt nur der stil der kommt dann da unten so dran wenn man zu sehen kann da gibt es dann ja auch die halter die gucken hier an der seite raus war was da hier eins und da sind sie was gerade nicht ob man es auf dem video sehen kann und das wird dann auch noch mal geleuchtet ja das dauert jetzt ein paar tage bis ich das wahrscheinlich fertiggestellt habt dann dann wäre ich das noch mal filmen bis denn